moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die season 5 zombie herausforderung höhen nachteil freischalten könnt ich habe das ganze auf mauer der toten gemacht ich fand das dort ziemlich einfach ihr könnt das ja auch hier machen leute oder das gleiche prinzip hat auf einen anderen karte anwenden ich traine hier erstmal die zombies bei der kleidungsfabrik ihr könnt das auch oben auf dem dach machen und wenn ihr dann genug zombies habt dann kommt hier ins treppenhaus leute die zombies oder macht nur täuschgranate so dass sie da stehen bleiben wirft ein c4 hoch und sobald ihr unten seid zündet ihr das c4 und ihr habt schon mal eine menge kills das ganze könnt ihr davon runde zu runde wiederholen bis ihr dann die genügenden kills habt und ja das war's dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an diese stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal